Yo Ukrainian Gangsters, willkommen auf LaserGocknet mit der IP 129.297.134 Alternativ auch erreichbar unter der Domain sillyhuhn.com Wir ziehen uns heute was rein von der 35C3 All Your Gesundheits Akten Are Belonged To Us von dem media.ccc.de Channel, ein Video von 2018 mit 115.000 Aufrufen. Let's go! Link zum Video ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und die IP-Adresse und die Domain dieses Servers ist natürlich wie immer auch in der Beschreibung zu finden. Das ist die Bescheid. Er beschreibt sich selber als integrierter Bürger und mit Kenntnissen in grafischer Datenverarbeitung und IT-Sicherheit. Und er wird euch jetzt mal sagen, warum All Your Gesundheitsdaten not belong to you. Haben wir Einleitung? Herzlichen Dank, dass so viele zu abendlicher Stunde hier sind. Okay, jetzt muss ich kurz mal nachschauen. Ich habe jetzt kurzfristig beschlossen. Ähm Einleitung. happy ihr den schnitt hier Vielen Dank. 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 Ich schicke die in die Cloud. Vivi erzeugt dann eine Session. Das ist eine fünfstellige Session-ID, bestehen aus Kleinbuchstaben. Einige haben es schon erfasst, ich sehe. Ich mache trotzdem weiter für die anderen. So, und der Arzt, dem gibt man diesen Link per E-Mail, Fax, Telefon, persönlich. Und der kann dann unter diesem Link das in dieser Session gespeicherte Dokument einsehen. So, ja, weswegen jetzt viele gelacht haben, natürlich eine fünfstellige Session-ID entspricht nicht so ganz den Sicherheitsvorstellungen, die einige hier wohl haben. So eine Session-ID fünfstellig kann man, man kann quasi alle Session-IDs, die aus Kleinbuchstaben bestehen, aus fünf Kleinbuchstaben, kann man in einem Tag locker durchprobieren. Also nicht händisch, da schreibt man sich dann ein kleines Skript und dann läuft das durch und dann hat man alle mal getestet, ob da ein Dokument liegt und eventuell wird man ja fündig. Und wenn man fündig wird, also wenn man eine Session-ID findet, wo der tatsächlich jemand ein Dokument gespeichert hat, sieht man sowas. Das sind Metadaten. Also sowas wie der Name des Versicherten, die Versichertennummer, das Bild, Adresse, behandelnder Arzt, Adresse des Arztes, Spezialität des Arztes, Alter, Geschlecht, Sprache. Also nur Metadaten, aber wir sehen schon, diese Daten, die will man nicht öffentlich haben. Nein, in falsche Richtung. Wenn ich dann bei einem sensiblen Thema zu einem Arzt gehe, sagen wir mal Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaft allgemein oder Psychologie, ich gehe zum Psychologen, weil ich mich irgendeiner Behandlung unterziehen möchte. Und das können dann, du, ich, jeder kann das einsehen, wenn er möchte oder konnte das einsehen auf der Vivi-Plattform. Wenn ich die Daten dann einsehen möchte, also das Dokument, das darüber transportiert wurde in dieser Session, dann muss ich eine vierstellige PIN eingeben. Uff. Okay, also ich sehe, das brauche ich nicht erklären. Vierstellige PIN, das sind, wie viele Versuche? Oh Gott. Tausend, genau. Was, tausend? Also, das ist kein Hex. Was, tausend? Was ist das? Vier hoch acht, oder? Ne, vier hoch neun. Vier hoch zehn. Vier hoch zehn. Ist vier hoch zehn, tausend? Hm, ich komme auf hundert, ich komme auf eine Million. Jetzt gleich ist es zehn auf vier, dann ist es tausend. Ist es echt so? Wir sind auch zehntausend. Vierstellig. Wir haben noch null bis neun, das sind zehn Zeichen. Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich irgendwas wieder verteckt, Leute, aber, ja, passiert. Und, ähm, ich muss nur schneller sein als der Arzt, dann klappt das. Vivi hatte noch mehr Mails. Phishing war ein toller Aspekt, den man nicht erwarten würde in einer Gesundheits-App. Ähm, Vivi erlaubt es, zwischen Versicherten Dokumente auszutauschen und auch Dokumente vom Arzt zu empfangen. Und hier sehen wir drei Dokumente. Zweimal eine Invoice, eine Rechnung und einmal eine Prescription, eine Verschreibung durch den Arzt. Und wenn ich die untere Invoice öffne, oh, dann muss ich mich neu einloggen. Das passiert bei Vivi sehr oft. Man muss sich sehr oft einloggen, ist ein Sicherheitsfeature. Die Session läuft halt sehr schnell ab. Wenn ich mich allerdings hier einlogge, dann geht das Passwort nicht an Vivi, sondern, naja, da ging es an mich. Ja, liegt daran, dass ich hat den L-Code in ein Webview in diese App einschleusen konnte und mir dann basteln konnte, was mir so gefällt. Phishing, das erwartet man nicht in der Gesundheits-App. Danke sehr. Aber, wenn ich das Passwort geklaut habe, komme ich noch nicht in die App rein. Es gibt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Klar, die Profis unter euch wissen, Phishing, Zwei-Faktor-Authentifizierung, das geht auch. Aber, sagen wir, ich habe den zweiten Faktor nicht. Den brauche ich aber. Wenn ich mich einloggen möchte bei Vivi, dann geht das über den folgenden HTTP-Request. Username, Passwort und dieser Code. Dieser Code ist der zweite Faktor. Ein TOTP-Turm. Den brauche ich, sonst komme ich nicht rein. Aber was mache ich, wenn ich den nicht habe? Naja. Probieren wir halt mal. Also, Brute-Forcing, ganz großes Thema. So simple es klingt, damit lagen alle Metadaten dieser Plattform über diese Session-IDs offen. Zweiter Faktor-Authentifizierung konnte ich komplett umgehen. Die Dokumenten finden wir. Kurz los. Aber das meine ich so nicht. Aber, es geht noch weiter. Vivi hat eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich als Benutzer ein Dokument an den Arzt schicke, geht das nicht so direkt über die Leitung, sondern der Arzt, der öffnet ja diesen Link in seinem Browser und dann erzeugt der Browser instantan für den Arzt einen Key. Einen kryptografischen Schlüssel. In JavaScript wird er erzeugt und er wird im Browser gespeichert. So, der Arzt bzw. sein Browser schickt diesen Key dann an den Patienten bzw. an die App. Die App verschlüsselt damit das Dokument und das verschlüsselte Dokument geht dann an den Arzt. So weit, so gut. Problem ist nur, dieser Schlüssel liegt im Browser. Der lag im Local Storage, falls das jemandem was sagt, im Browser. Und Browser-Apps sind anfällig gegenüber Cross-Side-Scripting. Häufig. Vivi war anfällig gegenüber, ich glaube, drei Persistenten haben wir gefunden, haben wir auch Cross-Side-Scripting-Angriffen. Das heißt, ich musste dem Arzt nur einen Link schicken. Und das machen viele, die schicken dem Arzt ja Links. Und klickt der Arzt darauf, dann konnte ich den privaten RSA-Key auslesen. Insgesamt ergeben sich dann so über 15 Befunde. Zum großen Teil von, aus meiner Sicht, hoher Kritikalität. Natürlich sind wir wie das anders. Das habe ich zusammen mit Thorsten Schröder veröffentlicht. Der hat sich da ein bisschen vor mich gestellt, wegen der Responsible Disclosure. Auch noch ganz herzlichen Dank dafür, hier öffentlich. Coordinated Disclosure. Der Sotter. So sah das aus. Also eigentlich aus meiner Sicht, so soll es laufen. Coordinated Disclosure, wir haben Vivi informiert. Am 21. Da hatten wir direkt eine Telefonkonferenz. Vivi gehört der Allianz, 70%. Da kam der Allianz-CISO, hat sich das auch angehört. Waren wir schön in einer kleinen Runde, um 11. Nachts saßen wir in Berlin, haben darüber diskutiert. Finaler Bericht ging raus, haben wir ein bisschen verlängert die Frist. und am 30.10. veröffentlicht. Und dann haben sich unsere Meinungen ein bisschen auseinander definiert. Reaktion von Vivi auf unsere Veröffentlichung. Ein reales Risiko für die Sicherheit der Gesundheitsakten der Nutzer bestand zu keinem Zeitpunkt. Okay. Ja, ich glaube, ihr werdet das jetzt anders sehen. Netzpolitik hat dann öffentlich gemacht, was im Hintergrund passiert ist. Vivi hatte allen Magazinen, Online-Berichterstattern vorgeworfen, Falschaussagen zu veröffentlichen. Hat angerufen in den Redaktionen und gesagt, das sind Falschaussagen. Moziro kann das nicht belegen. Das heißt, das war mein Arbeitgeber. Ich kann das nicht belegen. Das müsst ihr zurücknehmen. Müsst ihr öffentlich schreiben. Das ist alles wohl nicht wahr. Zum Glück gab es ein paar Leute, unter anderem bei Netzpolitik.org, die den Braten gerochen haben, haben dann veröffentlicht, was da im Hintergrund passiert. Vivi versucht, die Berichterstattung zu korrigieren. Der Thorsten Schröter, von dem ich eben geredet hatte, hat dann sich noch anhören müssen, dass es da juristische Konsequenzen geben soll. Und das Ganze ging dann auf eine, ich sag mal, auf eine nicht zu erwartende Art. Wurde dieser Streit dann fortgeführt. Das ist immer so lächerlich, wenn die Leute... Die Details verspare ich euch jetzt. Wenn man Sicherheitslücken findet, wenn die Leute dann so reagieren, aber ja, man weiß ja nicht, was dahinter ist mit dem... Sie müssen auch ihren Ruf bewahren und ihr Geld weiterverdienen, aber wenn man so seinen Ruf bewahrt, ist halt auch die Frage. Nur, falls ihr davon was mitbekommen habt, zu Vivi, wisst ihr jetzt die Hintergründe. Also aus unserer Sicht haben wir wirklich versucht, Coordinated Disclosure so verantwortungsvoll wie möglich zu machen. Und ich hoffe auch weiterhin, ich werde das auch weiterhin so machen, dass es vielleicht auch bei Vivi angekommen ist, dass das von unserer Seite aus verantwortungsvoll laufen sollte und das nicht erwartet war. Frage ist jetzt, Vivi hat gesagt, innerhalb von 24 Stunden haben die alle Fehler behoben. Wer glaubt's? Ja, ich habe für euch nachgeschaut. Also offiziell natürlich nicht, aber ich habe jetzt vor vier Wochen nochmal nachgeschaut und es gibt da einen lustigen Angriff. Das Wort lustig nehme ich zurück. Das sollte man hier nicht verwenden, bei Gesundheitsdaten. Dokumente an den Arzt schicken, als Versicherter, als Vivi-Nutzer. Ich kann dem Arzt natürlich auch ein bösartiges Dokument schicken. In diesem Dokument ist JavaScript drin. Dieses JavaScript wird im Browser vom Arzt ausgeführt und stiehlt dann alle Dokumente, auf die dieser Arzt Zugriff hat, von allen anderen Versicherten und sendet sie an mich. Aus meiner Sicht kritisch. Habe ich mal geschaut, so nach... Innerhalb von 24 Stunden behoben. Da sehen wir auf der einen Seite den Angreifer. Der gibt sich als Vivi-Nutzer aus. Das ist sein Vivi-Bildschirm auf dem Handy. Und im Browser, das ist der Arzt. Der hat den Browser offen und wartet, dass er den Link bekommt und eingeben kann. Ich muss jetzt kurz wechseln. Ich will nämlich das als Video zeigen. So sieht das aus. Der Arzt gibt die Session-ID ein. Die Session-ID wurde jetzt verlängert. Das sind nicht mit fünf Stellen. Das haben sie behoben. Jetzt gibt der Arzt seine PIN ein. Als bösartiger Nutzer gebe ich dir natürlich dem Arzt. Jetzt lädt der Arzt das Dokument. Es wird entschlüsselt. Und jetzt öffnet der Arzt das Dokument im Browser. Das hat jetzt alles im Browser des Arztes. Der ist viel zu schnell mit seinem Heck. Anker funktioniert weiterhin... Naja, nicht behoben. Was aber auch geht, das ist... Eines haben sie behoben. Man kann den Key nicht mehr auslesen. Er ist lesegeschützt. Aber er ist nicht schreibgeschützt. Natürlich überschreibe ich deine privaten Key mit dem des Angreifers beziehungsweise meinen eigenen. Und wenn ich dann zukünftig mal solche Dokumente in die Hände bekomme, kann ich die alle mit meinem Schlüssel entschlüsseln. Es ist das Problem, wenn ich Ende-zu-Ende-Authentifizierung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe, ohne dass ich eine Identität für den Arzt habe, ohne dass ich den authentifizieren kann. Dann muss ich jeden Schlüssel akzeptieren. Ich kann das ja nicht verifizieren. So, so what? Es gibt hunderttausende kaputte Gesundheits-App. Warum ist Vivi interessant? Warum ist das relevant? Da muss ich ganz kurz in das E-Health-Gesetz einsteigen. Es wurde 2015 verabschiedet und sieht vor, dass letztes Jahr die Videosprechstunde eingeführt wurde. In Baden-Württemberg ist es schon so weit. Da können gesetzlich Versicherte per Video Arzt kontaktieren und mit dem Arzt auch eine Fernbehandlung durchführen lassen. 2018, also dieses Jahr, gab es den bundeseinheitlichen Medikationsplan. Und ab nächstem Jahr, 1. Januar, soll es die elektronische Patientenakte geben. Bis 2021 soll die flächendeckend eingeführt sein. Elektronische Patientenakte. Elektronische Gesundheitsakte gibt es. Das ist Vivi. Schon seit 2004 haben die Krankenhassen die Möglichkeit, das zu erstatten. Läuft teilweise auf der Telematik-Infrastruktur mit Anbindung eben an die Telematik-Infrastruktur. Ärzte müssen sie aber nicht nutzen. Und die elektronische Patientenakte, die dann nächstes Jahr kommen soll, die ist jetzt schon von der Gematik spezifiziert, ein Teil zumindest, die wird dann zwingend auf der Telematik-Infrastruktur laufen und wird auch zwingend genutzt werden müssen von den Ärzten. Es gab dann ein Update für dieses E-Haus-Gesetz in diesem Jahr, weil Telematik-Infrastruktur, Gesundheitskarte und so, das ist ja alles, läuft nicht so richtig. Da müssen wir was machen. Dann hat sich unser Gesundheitsminister gedacht, ja, Tablet und Smartphone, darüber müssen wir auf diese Patientenakte zugreifen können. Gesundheitskarte ist ein bisschen old-fashioned. Das brauchen wir nicht mehr. Online-Banking ist das Vorbild. Deswegen auch das Subtitlein, im Talk, Online-Banking soll als Vorbild in Sachen Sicherheit geben. Und diese Maßnahmen bilden keinen Aufschub. Das heißt ab sofort, ich glaube in drei Monaten will die Gematik das fertig spezifiziert haben, wie ich mich in diese Patientenakte einloge auf meinem Smartphone, ohne Gesundheitskarte. Das ist also der Hintergrund. Und Vivi ist so etwas wie der Testballon der Krankenkassen für die Akzeptanz dieser elektronischen Patientenakte. Denn die Krankenkassen, gesetzlich und privat, sind natürlich sehr interessiert daran, dass möglichst viele diese Akte nutzen. Vivi oder auch Konkurrenten. Denn damit sind ja auch Einsparungen verbunden. Da sind ja auch Vorteile verbunden für uns alle. So what? Nehmen wir halt nicht Vivi. Ich habe ja eben gesagt, es gibt ja auch Konkurrenten. Es gibt einige. Zum Beispiel von Compute Group gibt es CGM Live. Es gibt Vita Book. Es gibt einen ganz alten Vertreter dieser Art. Das ist Gesundheitsakte.de von Care-Orm. Es gibt von der TK in der Beta-Phase noch TK Safe. Und auch was die Videosprechstunde anbelangt, da gibt es einige Anbieter. Hier nur eine kleine Auswahl. Teleklinik, das in Baden-Württemberg dieses Experiment, das ist doch direkt. Und von Ärzten selbst geschaffen gibt es mein Arzt direkt. Fernbehandlungen für alle. So, wer kann es besser? Wer macht es besser als Vivi? Vivi, das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich kann hier nicht nur mit Vivi ankommen. Da müssen wir ein bisschen mal eine quantitative Analyse machen. Vita Book. Vita Book gibt es schon seit 2011. Die haben schon eine Erfahrung mit dem Thema, weil die ersten Kunden in Microsoft Cloud in Deutschland und gewährleisten Datensicherheit, Datenschutz und Compliance auf höchstem Niveau. So sieht es aus. Das hier ist die Susanne. Das ist ein Testkonto von Vita Book. Kann man mal rein schnuppeln, wie das so aussieht. Das selbe wie bei Vivi. Ich kann Dokumente da speichern, hochladen, mit dem Arzt teilen, Gesundheitsangaben machen, Notfalldaten hinterlegen, Impfass eintragen und alles, was ich will. Also ich kann meine gesamte Gesundheit damit verwalten. Das nennt sich Gesundheitskonto. Quasi das Firokonto für Ihre Gesundheit. Das Design ist ja absolut Paypal, oder? Naja gut, jetzt 2018 erwartet man das nicht, aber SBN-Infektion erlauben, Zugriff auf unverschlüsselte Gesundheitsdaten, keine Endverschlüsselung, wir haben unsortet, Charon, ausbauten Hashes in diesem Ding, massive Datenreichtum, wohin man schaut und kleines Schmankerl, wenn man sich in dieses Susanne-Testkonto einloggt, sind auch Testdokumente und woher nimmt man Testdokumente? Man fotografiert sie von seinem Schreibtisch. Zum Beispiel die höchstvertraulichen E-Mails, die ausgedruckt auf dem Schreibtisch bei VitaBuch rumliegen, über die letzte Sicherheitsanalyse. Was? Jetzt auf. Das ist doch ein Troll. Das können wir nicht erzählen. Hier wird irgendein Befund aus irgendeiner IT-Security-Analyse nicht anerkannt. Also wenn ihr stöbern wollt, Susanne, was für euch. VitaBuch, Flatlining, also klinisch, sicherheitstechnisch, eher mau. Beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Interessant noch, VitaBuch waren die Ersten, die Vivi retweetet haben. Ah, Vivi! Schaut mal! Das sollte man nicht machen. Das war auch nicht unsere Intention. Wir wollten da keine Schaden Freude oder irgendwas auslösen. Na gut, das sind halt Tech-Startups. VitaBuch ist glaube ich ein ehemaliger Cisco-Manager. Also nur Vermutung. Lass die Ärzte ran. Lass die Ärzte ran. Die wissen um die Sensitivität dieser Gesundheitsdaten Bescheid. Die haften ja auch persönlich. Ein Arzt, wenn er die Schweigepflicht verletzt, haftet er. Und das kann teuer werden. Das kann auch Freizeitzug bedeuten. Lass die Ärzte diese Anwendung mitbetreuen, mitentwickeln. Interessantes Beispiel meinarztdirekt.de Das ist ein Hausarzt, der das ins Leben gerufen hat. Kein Investor im Nacken. Wenn wir Ärzte die Digitalisierung nicht aktiv mitgestalten, dann haben wir alle verloren. Also, lassen wir die Ärzte mitgestalten und schauen sie es mal an. meinarztdirekt.de So sieht das aus. Hier habe ich versucht, auf eine Rechnung zu zugreifen. Das ist natürlich verbunden. Ich darf hier nicht auf andere Rechnungen von anderen Leuten zugreifen und mir anschauen, was die da für Leistungen bezogen haben. Das geht nicht. Ich wollte es mir hier anzeigen lassen. Da sehen wir, meinarztdirekt.de, Invoice, View, ID 1. Was ist, wenn ich diese Daten drucken möchte? Nicht anzeigen, nicht View, sondern Print. Oh. Was ist denn das? Nicht so schön. Das will man gar nicht. Eigenbau, Eigenbau. Schreiben wir das ab. Lass die Profis ran. Also, Arzt ist schon gut, wenn er dabei ist, ja, aber wir müssen mit Profis. Wir müssen Profis ran. Teleklinik. Teleklinik, im Vorstand, drei Leute, ein Arzt, ein Informatiker, viel Geld dahinter. Ganz Baden-Württemberg darf über DocDirect Teleklinik nutzen. Da wird eine Videosprechstunde hergestellt mit Ärzten in Baden-Württemberg. Wenn einer von euch gesetzlich versichert in Baden-Württemberg ist, einfach mal DocDirect sich einloggen. Okay, nicht mit den echten Daten einloggen und kann mit dem Doktor sprechen, mit dem Arzt, mit der Ärztin und sich diagnostizieren lassen, Dokumente austauschen. Oder auch eine von den Versicherten hier, ARAG, die bietet das auch an, diesen Tipps. Teleklinik bietet maximale Datensicherheit und verhindert Missbrauch auf jeder Ebene. Ein vierstufiges Sicherheitssystem bietet die höchste Datensicherheit Deutschlands. Meine Damen und Herren, die höchste Datensicherheit Deutschlands. Applaus für Teleklinik. So, wenn ich jetzt bei Teleklinik mein Passwort ändern möchte, dann sieht es so aus. Da habe ich in Rot meine User-ID und in Gelb mein Passwort, mein neues und dann sende ich da diesen HTTP-Request aus meinem Browser ab. Da habe ich mich jetzt gefragt, was passiert denn, wenn ich diese rote User-ID ändere, wenn ich da mal eine andere Frage sagen. Ah, jo. Oh, shit. Das ist, das ist nicht lustig. Das ist die höchste Datensicherheit Deutschlands. Kann ich mich jetzt angesnackt. Ja gut, typisch, kleine, mittelständige Unternehmen. Lass mal die Profis ran, die das wissen. Also die ganz großen, die wirklich die Mittel dafür haben, die es wirklich besser machen können. Wir können lachen über die kleinen, aber wir müssen es auch die großen mal anschauen, entfernt es halber. TK Safe, ein Beispiel. Die haben es richtig gemacht, Ende zu Ende verschlüsselt. Ich habe es mir nicht weiter angeschaut, aber hier sehen wir den Schlüssel. Der wird erzeugt in der App. Das ist der Schlüssel für den User. Wenn dieser Schlüssel verloren geht, dann geht der Zugang zu der gesamten Akte verloren, wenn alles richtig gemacht wurde. Das heißt, wenn ich mein Handy verliere, dann habe ich meine gesamten Gesundheitsdaten verloren. Das will keiner, deswegen Vivi und alle anderen, die Ende zu Ende verschlüsselt anbieten, fordern einen auf, diesen Schlüssel zu exportieren. Allerdings sind wir mit Schlüsseln ja noch gar nicht so vertraut. Was ist denn ein Schlüssel? Passwörter, das hat ziemlich lange gedauert, bis wir wussten, wie wir Passwörtern umgehen sollen und die meisten kriege ich es immer noch nicht hin. Und diesen Schlüssel, den müssen wir irgendwo sichern, exportieren. Wie geht das? Wird als QR-Code gespeichert, der Schlüssel. Einige sehen es schon. Der wird nämlich in der Galerie gespeichert. Und zwar, das ist jetzt ein Android-Bildschirm, wir sehen der QR-Code, der diesen Schlüssel darstellt, den ich auch wieder einscannen kann. der wird in der öffentlichen Bildergalerie auf meinem Handy gespeichert. Der geht dann bei Google Fotos hoch und überall und alle Apps haben Zugriff drauf. Das ist so ein bisschen, wenn man jetzt hier Schlüssel durch Passwort ersetzt und beide haben wir die gleiche Funktion. Also wenn ich jetzt Schlüssel durch Passwort... Was ist denn mit dem Server los? Was ist denn mit dem Server los? 240er CPU-Auslastung von... Oh, aber nicht von Java, sondern... Haha! Jeeet! Java ist gar nicht so... Also schon von Java, aber von anderer Java, Mailware... Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Server Offline? Ja. Stack Overflow. GG an der Stelle. Ähm... Ja, da müssen wir kurz 20 Sekunden warten oder wir warten nicht 20 Sekunden und starten fix neu. Ja, Stable Minecraft ist mal wieder hier am Start für euch. Ähm... Ich hoffe, der World Save klappt gut, auch wenn der crasht. Ich mache mir da immer Sorgen, dass die Welt nicht ganz ordnungsgemäß gespeichert wird, weil normalerweise, wenn ich den Server shutter und dann braucht der schon mal so seine 2-3 Minuten, um ordnungsgemäß runterzufahren. Ich weiß nicht, wie gut der das handeln kann, wenn er nicht ordnungsgemäß runterfährt. Ähm... Ja. Okay. Lidi ist schon drauf. Ihr Lasergurkenland wisst Bescheid. Oder 2B2T ist natürlich auch in meiner Serverliste als großer Fit MC Fanboy. Aber wir gehen jetzt mal wieder auf Lasergurkenland, ne? Okay, also das schien alles geklappt. zu haben, hier, mehr oder weniger. Passwort ersetze, dann heißt es doch, bitte speichern Sie Ihren Passwort im Klartext in Ihre Bildergalerie. Naja, will man nicht. Da brauchen wir Passwortmanager, aber für Schlüssel. Also gibt es ja noch nicht. Da sehen wir auch, wie schwer das ist, so etwas richtig zu implementieren. Gut, ist halt TK safe, ist noch eine Beta-Phase. Die sind noch nicht live damit in der Produktivphase, also Beta-Test. Ihr könnt euch da anmelden, wenn ihr möchtet, aber Flüchtigkeitsfehler passiert. Lass mal die Erfahrung sprechen, die, die schon lange dabei sind, wirklich seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, das ist CompuGroup. CompuGroup, CJM Live, 5000 Mitarbeiter, knapp 600 Millionen Jahresumsatz, 55 Ländern. Die müssten es wissen, die haben eine Plattform, CJM Live, nennt sie sich. Und auf dieser Plattform, das ist eine SQL Medical Cloud, da laufen alle möglichen Anwendungen. Viele Anwendungen, die Gesundheitsdaten austauschen wollen, verknüpfen sich einfach mit diesem CJM Live und speichern da ihre Daten und tauschen die aus. Einige dieser Anwendungen sind durch Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Zum Beispiel bei der AXA, wenn ich mich bei der AXA meine Gesundheit einloggen möchte, wenn ich hier das Privatversicher bei der AXA nicht die Hand heben, aber wir sollten es wissen, da brauche ich einen Authentication Code. Ansonsten komme ich da nicht rein. Und das ist diesmal wichtig gemacht, nicht wie bei Vivi, da kann ich nichts brute-forcen, das ist schön sicher. Problem ist es nur, ich habe ja gesagt, das ist eine Plattform. Und ich kann entweder über AXA da reingehen, da geht es nicht. Oder ich gehe direkt über CJM Live in diese Plattform. Boah, da geht es. Brauche ich keinen zweiten Faktor. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn ich verschiedene Zugänge habe, verschiedene Türen zum Haus, die eine ist mit Kamera ausgestattet, die andere lässt sich mit dem Schlüssel oder mit dem Hammer öffnen. Trinkt nichts. Dasselbe wie bei Vivi ist hier auch passiert. Ich weiß nicht, wer da von wem abgeschaut hat, wahrscheinlich eher Vivi von denen, weil die sind älter. Ich kann Akten austauschen, sechsstellige PIN, das sagt einigen jetzt vielleicht schon was. Ich kriege eine sechsstellige PIN und dieser PIN, die gebe ich meinem Arzt, dann kann der Arzt unter aktenblick.de diesen PIN eingeben und dann auf meine komplette Gesundheitsakte zugreifen. Ja gut, sechsstellige PIN ist ziemlich leicht, gebrootforced. Und das geht hier auch. Und dann kann ich entweder auf die Gesundheitsdaten komplett zugreifen oder zumindest ein paar Metainformationen abgreifen. Erstaunliche Parallele. Was wir sonst noch, also was das allerdings das große Problem ist dieser Plattform. Das ist, ja, diese Plattform macht alles richtig, versucht alles richtig zu machen. Man hat einen Elliptic Curve Encryption hier implementiert mit einer sicheren elliptischen Kurve. Das wird kleinseitig alles verschlüsselt. Es werden keine Passwörter über ein Ether geschickt. Ich sende also nur meine E-Mail-Adresse an CJM, bekomme dann ein Public Key und ein Secret zurück. Da habe ich mir gedacht, Secret bekomme ich zurück, wenn ich eine E-Mail-Adresse entschriere. Warum heißt das Secret? Es ist ein Key Derivation Secret. Nehmen wir jetzt, ich habe hier eine Key Derivation Function, Schlüsselableitungsfunktion. Der gebe ich mein Passwort plus diesen Secret, was ich da bekomme. Und dann kriege ich kleinseitig offline den Private Key. Also das Passwort der Zugang zu dieser Gesundheitsakte. So, wenn ich das richtige Passwort gewählt habe, dann passt diese Private Key zum Public Key von maya.ccc.de Dann kann ich mich einloggen. Wenn er nicht stimmt, das Passwort, muss ich halt nochmal weiter probieren. Wenn ich nicht der Maya bin, dann probiere ich halt so lange, bis es klappt. Und ich habe ja den Public Key und das Secret offline verfügbar. Da muss ich nicht mehr mit CGM, mit einem Server interagieren. Ich lade mir das runter und starte dann einen Wörterbuchangriff oder etwas Ähnliches. Das ganze Verfahren ist sogar patentiert worden, inklusive des Fehlers. Also nicht nachbauen. Kostet. Ja, ich habe mal geschaut, ob das überhaupt relevant ist. Dropbox, der Wincent Hauptmann, der sich mit Online Banking beschäftigt hat, letztes, vorletztes Jahr, hat auch Dropbox genommen. Da habe ich gedacht, das passt ja so thematisch, Online Banking, zu diesem Talk. Da habe ich auch Dropbox genommen, mal die E-Mail-Adressen aller Deutschen dann runtergeladen und mal geschaut, wer davon bei CGM angemeldet ist und dann mal ein großes Wörterbuch genommen und mal geschaut, dass unsere Passwörter rausfallen. Also für die Gesundheitsakte war ich jetzt nicht sehr kreativ. Also muss ich sagen, hätte ich von den Deutschen mehr erwartet, die ein Darmstück zu gebildet sein sollen. Passwort 1, Hello123, Segelboot 19, Superman 88, Tricket 123, Johanna 1, Sarah 05, Bekannter 86, Arztbesuch 1. Er riechtet. Starke Passwörter, Jungs. Natürlich nur eine Stichprobe. So, also wir haben jetzt gezeigt, so ein kleiner Rundumschlag, ist wohl nichts. Also das Arzneimittelkonto NRW basiert übrigens auch auf CGM-Life, wer das nutzen sollte. Vivi, Gesundheitsakte.de habe ich jetzt hier ausgeklammert, aber die haben auch ein paar Probleme. DocDirect, CGM-Life, ClickDoc, Teleklinik, CGM-Life, E-Service, TK-Safe, Mediteo, meine Gesundheit, mein Arzt-Direct usw. usf. Alle haben die irgendwie dann doch nicht. Wir sind noch nicht mehr auf dem Niveau vom Online-Banking hier. Ist schade. So what? Wir wissen alle, es gibt keine perfekte Sicherheit. Das werden wir nie erreichen. Wir müssen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. So, dann schauen wir uns mal die Wahrscheinlichkeiten an. So große Unternehmen wie CGM, die müssen Risiko veröffentlichen. Also hier im Finanzreport, ich habe mal geschaut, gibt es Datenverarbeitungsrisiken, das ist der Finanzreport von letztem Jahr. Da steht, die Kunden von uns nutzen unsere Produkte, um sehr vertrauliche Informationen zur Gesundheit zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Sollten eben doch Sicherheitsprobleme auftauchen, dann könnte das zu Schadenersatzansprüchen, Bußgeldern, Geldstrafen und Ähnlichem führen, die dann CGM abführen muss. Und deswegen ist das ein Risiko für CGM, weil natürlich ein finanzieller Schaden entsteht. Und jetzt schauen wir mal, gegenüber dem Kunden sagt CGM, Paramount Priority. Da gibt es nichts, Security ist alles. Also absolut sicher. Hier heißt es, wir erwarten im Jahr 4 Millionen Schaden. Im Durchschnitt. Jahreshöchstschaden, da sind wir schon bei 18 Millionen. Und mit 5% Wahrscheinlichkeit tritt ein höherer, unerwarteter Schaden in den Datenverarbeitungsrisiken ein. Das kann man jetzt jetzt ausmalen, das kann natürlich auch sein, dass die ganze Datenverarbeitung wach hinunter geht. Aber es kann natürlich auch sein, dass die ganzen Daten offen liegen. Also 5% der Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir einfach mal diese 5% und schauen wir mal, was passiert. Also im ersten Jahr 95% Wahrscheinlichkeit sind wir sicher. Zweiten Jahr 90%, dritte Jahr sind wir noch bei 86%. Das Problem bei Gesundheitsdaten ist, die sind sehr langlebig. Nach 50 Jahren sind meine Gesundheitsdaten immer noch sehr wertvoll. Denn ich kann meine Gesundheit ja nicht ändern. Also wenn ich damals eine Erbkrankheit habe, habe ich in 50 Jahren immer noch. Es sei denn, die Zukunft bringt eine Ölösung in dem Bereich. Aber, wenn ich Geld war davon aus. So, 50 Jahre habe ich ja 8% wahrscheinlich. Naja, das will man nicht. Aber vielleicht, vielleicht ist ja diese 5% übertrieben oder nicht nur auf diese, dass die Daten veröffentlicht werden, bezogen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder was anderes hineininterpretiert. Schauen wir mal, in den USA, in den letzten 5 Jahren in den USA wurden im Durchschnitt 30 Millionen Patentenakten gestohlen, gehackt, verkauft. Und das sind nur die, die öffentlich gemeldepflichtig waren. 30%, das sind knapp 10% der US-Population. Aber 10%, ich habe eben mit 5% geschätzt, kommt eigentlich ganz gut hin. Norwegen, 2018, nicht, dass wir sagen, es sind nur die anderen Kaner. In Europa haben wir ja einen höheren Datenschutz in Norwegen. Dieses Jahr, jeder dritte Norweger ist jetzt einem unbekannten Angreifer gegenüber sehr bekannt, wie seine Gesundheit aussieht. 3 Millionen Patientenakten wurden gestohlen. Dänemark 2016 gab es einen lustigen Vorfall. Nicht lustig, Entschuldigung, das Wort muss ich wirklich hier zurücknehmen. Da wurden zwei CDs mit fast allen Gesundheitsdaten der Bevölkerung aus Versehen an die Chinesische Visastelle geschickt. Das passiert. Ich habe auch schon mit der Adresse falsch geschrieben. Oje, was ist denn Flau? Ich weiß nicht, ob Sie die zurückgeschickt haben. Müssen wir mal nachfragen. Ja gut, aber wir sind hier in Deutschland. Wir können so sagen, wir haben prüfen lassen, zertifizieren lassen, quels Standards arbeiten, Normen anlegen. Wir haben ja Mittel dagegen. Helfen Zertifikate. Diese Zertifikate stammen von den Apps, die ich eben gezeigt habe. Also, wir sind hier bei allen möglichen. Unter anderem Security, Trusted Privacy, E-Privacy. Der Datenschutz, Landesbeauftragte für Datenschutz Rheinland-Pfalz hat unter anderem CJM Live geprüft, meine Gesundheit und für gut befunden und so fort und so weiter. Also, Zertifikate können das Problem nicht beheben. Sie sind vielleicht ein Indikator, ein Hinweis für etwas, aber nicht dafür, dass diese Apps frei sind von Sicherheitsengeln. Wir schauen uns mal VIVI noch mal ganz kurz an. VIVI hatte ein Datenschutzgutachten machen lassen und ein Gütesiegel bekommen. Eine Sicherheitsprüfung und ein TÜV-Zertifikat bekommen. Zwei Pentests von unterschiedlichen Unternehmen durchführen lassen. Ich kann nicht sagen, welcher Scope oder das wird ja nicht veröffentlicht. Nach diesem Sicherheitsvorfall noch mal zwei komplette Pentests und danach dann dieses Beispiel Eingangs, was ich gezeigt habe. Nach diesem ganzen Aufwand war die App nicht sicher. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich zähle nochmal auf, es gibt grundlegende Probleme bei allen elektronischen Gesundheits-Apps, bei denen, die einmal unsere Gesundheitsdaten verwalten sollen. Sicherheit ist ein Wettbewerbsnachteil. Das haben wir zum Beispiel bei VIVI gesehen. VIVI hat Pentests, Zertifikate und Bug-Bounties erst nachher durchführen lassen. Zum großen Teil auch vorher schon. Aber eben nicht in sichere Architektur gesetzt. Das zeigt ja schon, wenn von der Allianz der TISO kommen muss, weil man bei VIVI eine Sicherheitslücke meldet, dass da bei VIVI kein professioneller IT-Security-Analist da war, was ich damit auskenne. Das ist halt ein Start-up. Gut. Von all diesen Apps, die ich eben aufgezählt habe, mit diesen Apps laufen Coordinated Disclosure-Verfahren. Die sind schon seit zweieinhalb Monaten oder so bekannt. Wenn ich jetzt diesen Report nicht mit Torsten Schröder veröffentlicht hätte, hätte keiner von euch davon gehört. Es gab ja keine Meldungen an Aufsichtsbehörden oder irgendwen. Das heißt, wen mit kümmert es. Ein Angreifer würde das nicht öffentlich machen. Und dann haben wir jetzt, neu, 2019, soll die Patientenakte kommen. Die Patientenakte soll wirklich sicher werden. Die ist von BSI mit der Gematik zusammen ausgearbeitet. Die Spezifikation ist seit ein paar Tagen online. Gematik.de Einfach mal anschauen. Die Spezifikation für den Tablet und den Mobilzugang, die kommt noch in drei Monaten oder so spätestens. Unbedingt mal reinschauen, was da drin steht, für die, die es interessiert. Die soll dann auch wirklich sicher sein. Also, wer weiß. Aber das ist auch gar nicht so relevant, weil wenn ich ein Anbieter bin, warum soll ich dir eine Patientenakte anbieten, wenn ich genauso gut eine Gesundheitsakte anbieten kann und mit der Gesundheitsakte auch an die Telematik in die Infrastruktur gekoppelt werde und aber eben nicht diese ganzen Standards einhalten muss. BIVI ist eine Gesundheitsakte und keine Patientenakte. Also, das ist ein sehr wichtiges Wortspiel. Das wird aber wahrscheinlich keiner in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Dass es da einen großen Unterschied gibt. Das Hauptproblem meiner Sicht ist, Gesundheitsdaten sind keine Bankdaten. Ich kann hier keine finanzielle Risikoanalyse aufstellen und sagen, wir haben einen Jahreshöchstschad von 18 Millionen und damit hat sich's. Das hat gesellschaftliche Auswirkungen, wenn diese Daten öffentlich sind. Wir können nicht 18 Millionen zahlen und dann haben wir eine neue Kreditkarte und dann ist alles vergessen. Das geht nicht. Die Daten sind dann bei irgendwem, irgendwo. Dann als HIV-Infizierte darf ich dann eben nicht mehr in andere Länder reisen, weil die dann ganz genau wissen, was ich da für ansteckende Krankheiten habe. Dann kann ich mir das streichen. Oder falls ein Deutscher Politiker auf die Idee kommt, dass man Infizierte mit bestimmten Krankheiten... Also die Szenarien, die kann man sich ausdenken. Die sind jetzt nicht erfunden. Seehofer hatte mal darüber nachgedacht, HIV-Infizierte zu konzentrieren, als das Thema neu war. Mit so einer Gesundheitsakte oder Patientenakte ist das kinderleicht. Also es entsteht hier nicht ein finanzieller Schaden, sondern ein gesellschaftlicher Schaden. Und langfristiger Schaden über Generationen hinweg. 23andMe und so weiter, die ganzen DNA-Analyse-Services. Gab's ja schon Vorfälle, aber sowas Wichtiges ist wohl noch nicht passiert. Wir wissen es nicht. Aber wenn ich meinen Genom dann sequenziert in der App speichere, dann haben auch meine Kinder noch was davon. Es gibt keine langfristig sicheren Datenspeicher. Der Professor Buchmann von der TU Darmstadt hat jetzt erst vor zwei Wochen, ein anerkannter Kryptologe, darüber veröffentlicht, dass wir in 20 Jahren keine sicheren Gesundheits-Apps haben. Also nein, keinen Speicher haben, der für 20 Jahre eine sichere Speicherung garantieren kann. In 20 Jahren sind wahrscheinlich alle jetzt auf höchstem Stande verschlüsselten Daten öffentlich für jeden, der sie jetzt einsammelt. Und das ist ein ganz großes Problem, das wird nirgendwo gesprochen. Also wenn ich jetzt fleißig Daten sammle, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Ja, ja, genau. In 20 Jahren haben die noch denselben Wert oder einen viel höheren Wert. Ja, also nicht alle Daten haben noch den Wert, aber... ...daten zu sammeln, interessiert die in 20 Jahren keiner mehr. Gesundheitsdatenschauen. Ja. Und das denke nicht ich, das fängt ja auch an das Buch von Professor, an der Tür Lampstadt. Und wenn der das so sieht, dann vertraue ich dem. Ja, nee, aber es ist ja... Wie sieht die Zukunft aus? Da muss man ja kein krasser Professor sein. Man kann ja einfach mal zurückschauen und Prognosen über die Zukunft machen. An sich werden Computer in der Regel schneller. Dies, das. Alte Kryptografie kann gecrackt werden. Teilweise auch durch mathematischen Voodoo. Durch neue Tricks, die gefunden wurden. Ist schon krass. Ist schon krass. Ist schon gruselig eigentlich. Ja, also... Egal wie gut verschlüsselt, man sollte nichts veröffentlichen, was man nicht in 20 Jahren an der Öffentlichkeit haben will. Ja, ja. Also Kinder. Bist Bescheid. Ja gut, die Welt hat das mal schön dargestellt. Angst vor Datenmissbrauch hemmt Fortschritt im Gesundheitswesen. Der Patient muss wissen, dass Datenmissbrauch sowohl strafbar als auch enorm schwer durchzuführen ist. Ja dann, wenn es strafbar ist. Ja, enorm schwer. Wer sich der elektronischen Gesundheitsakte bei erfolgreicher Implementierung trotz jeglicher Sicherheitsvorkehrungen erweigert, sollte zwar zunächst keinen spürbaren Qualitätsverlust der Behandlung per se erleiden, kann aber auch nicht in den Genuss eines schnellen und bequemen Behandlungsablaufs kommen. Und dann resumiert man bei der Welt längerfristig muss man damit rechnen, dass mangelndes Vertrauen mit Einbußen in der Behandlungsqualität vergolten wird. Und das, da muss ich zustimmen. Die Patientenakte wird kommen, das führt zu vielen Vorteilen, das hat wirklich Vorteile, die liegen auf der Hand. Ich kann Doppeluntersuchung vermeiden, ich kann Tränenmedikation vermeiden, weil ich die Wechselwirkung automatisch erkenne. Ich kann Patienten besser steuern, ich kann sie anschreiben, wenn irgendwo was aufgetaucht ist, neue Behandlungsmethode, Wechselwirkung zu einem Medikament, irgendeinen Rückruf. Es geht alles über die Patientenakte, hat sehr viele Vorteile. So, und wenn jetzt sich jemand hier entscheidet, seinen Kindern keine so eine Akte anzulegen, Patientenakte, prägt er dann das Risiko dafür, dass die Kinder eine höhere Sterblichkeit haben, oder schlechte Bekanntenqualität oder länger warten müssen, wenn 90% der Bevölkerung diese elektronischen Patientenakte nutzen und ihr seid die 10% oder 2% oder 1% dann leidet ihr darunter, beziehungsweise auch wir. Und das ist die Realität. Das wird ganz schön dark. Damit schließe ich den Talk? Jo, wahrscheinlich schließe... Ich habe mir mehr Fragen aufgeworfen. Jo, wahrscheinlich schließt er den so super dark ab, Junge, das macht man nicht. Bisschen positive Vibes am Ende noch aushasseln. Ich meine, es gibt es noch lange Fragen, aber Jungs, klar, Botschaft schicken und so, aber ey, 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 diese Vibes. Junge, ich will doch nur mein Blog-Game hier chillen. Please. genau das ist aber auch die Intention. Ich will euch zeigen, wie es aussieht, was kommt und will jetzt die Debatte anstoßen. Denn jetzt können wir noch beeinflussen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, auf das Update für das E-Health-Gesetz, das heißt, Termin- und irgendwas-Vorsorge-Gesetz, Einfluss zu nehmen. Noch können wir Abgeordnete anschreiben. Noch können wir Dinge fordern oder uns Gedanken machen. Und wir können uns überlegen, wie eine Gesellschaft aussieht, in der alle unsere Gesundheitsdaten offen liegen. Und wir können uns überlegen, wie wir diese Folgen davon abschätzen und wie wir sie vielleicht auch verhindern können. Und Technikfolgeabschätzung, damit beschäftigen wir uns ja hier. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn jetzt Fragen da sind, Anregungen, Diskussionen, freue ich mich sehr. Aber war doch ein schöner Talk. Oh, fuck, das ist meine Fortune-Pigate-Sripp an der Stelle. Vor lauter Medizintraumata hier. Nee, aber war ein guter Talk. Gut für Awareness, die Stars schon, was ja die ganzen Pentas so aufgeführt hat. Absolute Unehrenmänner, die so unentspannt reagiert haben. Aber... Viel Inhalt. Gibt's auch selten so Talks mit so viel Inhalt gefühlt. Bei Vivi zum Beispiel muss man ein Video von sich aufnehmen mit seinem Personalausweis. Ich hatte Zwillingsbruder. Ich wollte das mal festen. Ich musste nur seinen Namen austauschen. Und wird dann als der auf den Personalausweis identifizierte Bürger in Vivi hinterlegt und kann dann im Namen dieses versicherten Daten anfragen. So sieht das bei Vivi aus. Andere Verfahren nutzen, also gerade die privaten Krankenversicherten, andere Methoden der Identifikation. Aber nicht unbedingt sicher. Du, mir fällt da gerade noch eine Frage ein. Für diese super toll geschriebene Software, wie viel Geld haben die noch mal bekommen? Vivi? Ja. Oh, das ist von Bitmark, von dem IT-Dienstleister von 90 Krankenkassen, ausgeschrieben worden. Wie viel Geld ihr dafür bekommen habt, können wir bestimmt mal erfragen. Das wäre eine interessante Frage. Frag den Start.de. Sehr schön. Mikrofon 8, bitte. Moin, moin. Ich hatte überlegt, nur einen Kommentar zu geben, aber ich mache eine Frage draus. Der Kommentar ist, letztens, in dem zweitvorräten Talk ging es um diese Benenbilder. Ja, das Echo ist ein bisschen laut. Und da meinte der, wie war sein Name? Ich habe es vergessen. Der meinte, wir müssten mal in der Datensplauder dann die Benenbilder von irgendeinem Minister haben. Und ich denke, eigentlich bräuchten wir die Gesundheitsakte von einem Minister. Das hätte eine Schockwirkung, ja. Also, und das ist meine Frage. Würde das irgendetwas bringen? Wahrscheinlich nicht. Es wäre auch zumindest eine Aktion, die nicht den Respekt der Gesellschaft ihr bringt, der es dem wirklichen Änderungen zu erkämpfen. Aus meiner Sicht. Aber da haben viele andere Meinungen. Das wäre vielleicht etwas, was man persönlich diskutieren kann. Mikrofon 4, bitte. In den letzten Tagen ging eine Meldung durch die verschiedenen Zeitungen, dass Frau Dr. Bär, Staatsministerin, gesagt habe, das Problem, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens bei uns so hinten dran ist. Da gab es so einen OECD-Report, wo wir auf vorletzten Platz gelandet sind. Das läge an dem Datenschutz. Und wir müssten dort abrüsten. Haben wir nicht schon längst abgerüstet? Ich meine, wir können jetzt nicht Deutschland sagen, ohne die gesamte Europäische Union zu vergleichen, weil wir haben ja überall dieselbe Datenschutzgrundsatzverordnung. Und deswegen verstehe ich das Argument erstmal nicht, dass wir in Deutschland einen besonders guten Datenschutz haben. Das ist nämlich dasselbe wie in allen anderen Ländern der Europäischen Union. und ich habe mir ein paar Beispiele gezeigt, Norwegen und so weiter, da hilft das ja auch nichts. Also, abrüsten ist, glaube ich, nicht die Lösung. Das, nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Internet, bitte nochmal. Inwiefern wurden denn bei den, weil es waren ja bisher nur gesetzliche Krankenkassen, wurden denn betriebliche Krankenkassen überprüft? Betriebliche Krankenkassen? Ich glaube, da waren einige dabei. Bei Vivi sind, glaube ich, oder bei Teleklinik zum Beispiel, die stellen Betriebsärzte und so weiter. Also alle Anbieter, also Vivi, Teleklinik, CGM, VitaBook, die sind sowohl privaten als auch gesetzlichen Krankenversicherungen offen und die arbeiten auch sehr viel mit privaten Krankenversicherungen zusammen. Zum Beispiel AXA. Wie weit jetzt betriebliche noch mit involviert sind, müssen wir recherchieren. Mikrofon 3, bitte. Mich würde interessieren, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dass man da tatsächlich mit einem Lesegerät und der Gesundheitskarte etwas macht. Ich verstehe nicht, dass man da einen externen Chip hat, auf dem man möglicherweise die Private Keys eben nur schreibbar etc. speichern kann und auf der Basis nicht irgendwie ein sicheres Authentifizierungsmerkmal oder Methode dann eben ausbaut. Eine sehr gute Frage. Also wir haben ja einen Trust Anchor, das ist ja die elektronische Gesundheitskarte, da haben wir ja einen privaten Schlüssel drauf. Warum nehmen wir den nicht? Ganz einfach, keiner hat ein USB-Lesegerät, was an deinem Smartphone stecken kann. Und die Vision von unserem Gesundheitsminister ist ja, dass über ein Smartphone, wie Online-Banking benutzt werden soll. Denn bisher nutzt es ja keiner. Nutzt ja keiner. Das bringt dann den Krankenkassen auch nichts. Du kannst einmal tief durch, also dann richtig Zeit noch. Zwölf Minuten. Ah ja, aber zwölf Minuten. Aber da kann ich nochmal ganz kurz was dazu sagen. Wir haben nämlich, in dem aktuellen Standard, die die Gematik verabschiedet hat, jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche glaube ich genau, ist die elektronische Patientenakte so spezifiziert, dass der Zugang nur über die elektronische Gesundheitsakte möglich ist. Problem ist, das wird niemand nutzen. Außer ein paar Verschrobene, die halt ihren Cardreader an den PC anschließen und an Android-Simulator laufen lassen oder das vielleicht gleich ans Android-Gerät schlägen. Also, das wird nicht genutzt und deswegen wurde jetzt auch schon gleich von der Gematik gesagt, spätestens bis zum März, Ende März 2019, kommt das Update raus. Und zwar, Patientenakte 1.1. Sind wir dann soweit? Und da wird dann spezifiziert, wie wir ohne die Gesundheitskarte darauf zugreifen dürfen. Und es bringt auch nichts zu sagen, die Patientenakte können wir nur mit Gesundheitskarte benutzen. Nur sicher, nur mit Gesundheitskarte. Denn, dann kommen Anbieter wie 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 und sagen, bei uns geht das ohne. Kommt auch zu uns, viel einfacher. Und, ja, dann nutzen die Mehrheit der Versicherten natürlich die einfache Variante. Das heißt, hier haben wir wirklich diesen Wettbewerbsnachteil, über den ich geredet habe. Die sicher spezifizierte Akte wird niemand nutzen. Mikrofon 6, bitte. Ja, also eine Anmerkung. Es wird wahrscheinlich sehr interessant, sobald es Quantencomputer gibt, die genug physikalische Qubits haben, reale Qubits federfrei genug zu simulieren, dass man tatsächlich auch Anwendungen wie beispielsweise Brute Force an verschiedensten Unangenehm nicht zugehört. Genau das hat er doch gesagt in dem Talk, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Verschlüsselungsverfahren Verschlüsselungsverfahren ausführen kann, wird es sehr interessant, genau solche Daten eben geheim zu halten, gerade wenn man so Reaktionen sieht, wie langsam das dann abläuft. Das muss ja, sobald irgendwie bekannt wird, dass es so ein Quantencomputer gibt, sofort auf andere Algorithmen umgestellt werden, die durch ja, ich beende das einfach. Ja, also man müsste klar auf Quantencomputer zurückgreifen, Algorithmen, die dort noch als sicher gelten, im Zeitenalter der Quantencomputer. Da gab es noch diesen Einführungstalk, der war alles da. Vielleicht können da Leute jetzt die Frage beantworten. Also, das Problem ist, dass wir in 20 Jahren nicht sagen können, ob dieser jene Algorithmus heute dann noch Sicherheit bietet, auch mit Quantencomputer Kryptographie. Deswegen wird vorgeschlagen, es gibt Vorschläge, wie wir auch über 20 Jahre hinaus Gesundheitsdaten sicher speichern können. Und da setzen wir eben nicht auf Kryptographie, sondern auf verteilte Speicherung. Das heißt, wir müssen die Daten ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort speichern und versuchen, diese Zuordnung irgendwie hier reinzuhalten. Wie das genau geht, das weiß ich nicht, das habe ich nur kurz gelesen. Das ist der Professor Buchmann, von dem ich vorhin geredet habe, der hat sich da wohl, er ist da aber sehr kundig. Also es gibt da Ansätze, wie wir auch ohne kryptographisch sichere Algorithmen in 20 Jahren noch datensicher halten können. Problem ist nur, die Gematik spezifiziert eine zentrale Datenhaltung. Also es ist jetzt spezifiziert und das ändert sich so schnell auch nicht. Mikrofon 5, bitte. Das ist in deinem Talk die Datenschutz-Grundverordnung und das finanzielle Risiko der Betreiber angesprochen. Wie viele Betroffene oder potenziell Betroffene müssten sich denn beschweren oder sich vertreten, lassen beim Beschweren durch so etwas wie Datenschmutz, damit es denen wirklich weh tut, damit die wirklich etwas daran ändern? Das ist nicht mein Gebiet, sondern eine sehr gute Frage. Die würde ich gerne weitergeben. Vielleicht gibt es hier mein Publikum, das ich damit auskenne. Also, Problem ist ja auch, wie bezifferst du den Schafen, der dadurch entsteht? Also, bislang hat der Betreiber ja keine persönliche Haftung dafür, dass er deine Gesundheitsdaten veröffentlicht und dass du dann in 10 Jahren keinen Job bekommst. Wie willst du das nachweisen? Ich glaube, das wird ganz schwer. Und das ist etwas, was wir vielleicht jetzt anregen sollten, damit darüber nachzudenken. Also, wie beziffer ich den Schafen, der entsteht, wenn meine Gesundheitsdaten komplett offentlegen? Meine Gesundheit für die nächsten 80, 70 Jahre, je nachdem, wie lange ich... Hä, wie blöd kann man eigentlich sein, Leute? Man weiß es nicht. Sehr blöd wahrscheinlich. Ah, nee, es ist schon auf der richtigen Höhe. Ich war gar nicht blind, ich dachte, es wäre auf der falschen Höhe. Also, ich bin anders blöd. Ich bin so blöd, dass ich denke, dass ich blöd bin, dann wirklich blöd war. Außerdem war das nicht mal ich, sondern die Idee, der es richtig gemacht hat. Bei den Dingen, die ihr dann entdeckt habt, an diesen Applikationen dort, dann wird es keine 20 Jahre dauern, bis die Daten alle öffentlich sind. Aber diese Aussage, es gibt keinen Datenspeicher, der also auf die nächsten 20 Jahre sicher ist, ist jetzt auf einen zentralen Datenspeicher bezogen. Richtig. Mal darüber nachgedacht, wie es eigentlich aussieht mit den ganzen Patientenmanagementsystemen, die wir jetzt so verstreut haben und dann muss es eigentlich eine sehr ähnliche Aussage geben und ich bin eigentlich erstaunt darüber, dass man wirklich noch mit 20 Jahren rechnet. Gibt es da irgendwie Daten zu? Also diese 20 Jahre, die habe ich aus einem Zeitungsbericht oder Interview von dem Professor Buchmann erinnahmt. Da würde ich sagen, müssen wir mal in die Literatur schauen, was da wirklich dahinter steht. Aber, was die Datenspeicherung an mir geht, momentan liegen die Daten alle verstreut in Arzt-Informationssystemen, Klinik-Informationssystemen und natürlich wird hier und da schon mal was geliebt oder gestohlen. Das Problem ist halt nur, wenn die Daten auf einmal auch ausgetauscht werden können, wenn es eine zentrale Datenhaltung gibt, dann wird das Ganze auf einmal angreifbarer. Und da muss ich nicht überall hingehen, ein bisschen was klauen, sondern dann wird es auch viel eher genutzt, diese Datenspeicherung und dann habe ich viel eher die Möglichkeit, auch zentralen Daten abzuführen. Warte, war das so? Oder worauf zählt die Frage ab? Die Firma CJM, die da genannt worden ist, hat mehrere Konkurrenzunternehmen aufgekauft und bietet den Ärzten an, dass dann die Daten konvertiert werden, weil sie diese Produkte halt nicht mehr fördern, aber eine eigene Applikation haben, die natürlich ganz wunderbar ist, die sie den Ärzten dann gerne verkaufen und dann werden die Daten konvertiert. Das heißt also, da gibt es schon so an einer gewissen Stelle eine gewisse zentrale Datenhaltung. Ja, das Problem ist, ich glaube, vielleicht wissen wir auch vieles noch nicht, vielleicht ist es auch noch nicht so, dass in die Öffentlichkeit gelangt, wo es dann schon Leaks gab. Also das, was ich aus den USA gezeigt habe, das waren halt meldepflichtige Leaks oder da, wo Daten abhandengekommen sind. In Deutschland habe ich dazu Gesundheitsdaten noch nicht viel gefunden. Mikrofon 4, bitte. Die Gesundheitsdaten, die sollen ja auch pseudonymisiert für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Könntest du das vielleicht noch mit ausdrücken? Ja, also das habe ich jetzt nicht in diesen Talk eingebaut, das wäre noch ein komplett eigenes Thema. Pseudonymisierte Speicherung kann man kritisieren. Vivi speichert auch pseudonym, schickt dann aber zum Beispiel deinen Zwei-Faktor-Code mit. Oder wenn du dich in Vivi einloggst, loggt sich Vivi zeitgleich in dein pseudonymisiertes Konto ein und schickt dann die Daten pseudonymisierten hoch. Das heißt, du bist in deinen Originalkonto eingeloggt und vielleicht hätte ich auch noch ein Schattenkonto. Nennt sich so Shadow profile. Das heißt, du bist immer gleich zweimal angemeldet. Mit deinem Gerät, mit deinem Token und so weiter. Das heißt, auf der Seite der Vivi-Plattform ist es eigentlich technisch machbar, dich wieder zuzuordnen. Da muss man wirklich dem Anbieter vertrauen. Es gibt jetzt auch schon Forderungen, dass man Datenspenden einfordert. Das heißt, es gab politisch die Forderung, dass die Datenspende erzwungen werden muss, um Forschenden Pharmaunternehmen zuflüff zu bringen. Mikrofon drei, bitte. Ich dachte eigentlich immer, dass der Austausch von verschlüsselten Daten oder generell von, naja, verantwortungsvollen Daten gelöst sei. Also ich meine, in den Gremien, in denen ich sitze, schaffen es sich Leute auch wirklich sichere Daten miteinander auszutauschen. Ich meine, mein C-File kann das. Warum kriegen die das die ersten nicht hin? Gibt es eine Alternative? Die wir den Ärzten vorschlagen könnten, die sie zumindest für die nächsten zehn Jahre benutzen könnten. Ob dann eben mit Post-Quantum-Kryptographie die Daten in Nevada, die im DZX ausgelesen werden, dann doch erschlüsselt werden, ist hier nochmal eine andere Debatte. Das Problem ist, Spezifikation ist nicht mehr das, was implementiert wird. Also, für Vivi gibt es ein White Paper des Fraunhofer-Instituts, ISAC, wo das alles schön spezifiziert ist. Aber was dann implementiert wurde, ist nicht unbedingt das, was da drin steht. Das heißt, da gibt es eine Kluft, da wird nicht verifiziert oder validiert, dass das auch so stimmt. Und dann, wenn ich diese Daten, Entschuldigung, die Frage nochmal ganz kurz. Gibt es eine Alternative, die wir den Ärzten jetzt empfehlen können, um gemeinsam Daten auszutauschen? Schwierig. Also, wirklich sehr schwierig. Immer möglichst dezentral, möglichst nicht über den zentralen Datenspeicher. Da kann ich jetzt nichts empfehlen. Also, bislang geht das halt ausdrucken und mitnehmen. Das ist jetzt auch keine Alternative für die, die chronisch krank sind. Ja, Faxen. Das Schlimme ist halt wahrscheinlich recht, oder? Das große Problem ist, wir haben halt keine, wenn wir Ende zu Ende verschlüsselt wurden, wie bei PTP, da brauche ich ja Keys, die müssen wir auch ausgetauscht haben, weil wir verifiziert haben. Ja, und das muss irgendwie automatisiert gehen, sonst läuft es im großen Stil nicht. Und das fehlt halt. Wir haben halt auf Seiten der Ärzte inzwischen die Telematik-Infrastruktur bei vier. Da gibt es dann eine Identität, darüber können wir das laufen lassen. Auf Seiten der Patienten gibt es die Gesundheitskarte. Das ist genau das Problem. Patientenakte wollen wir halt nicht mit der Gesundheitskarte verknüpfen, weil es keine nutzt. So, und jetzt die letzten drei Fragen, die hier stehen. Hier möchte ich alle drei noch abschießen. Ganz schnelle Frage, ganz schnelle Antwort. Nummer vier. Was ist der Unterschied zwischen Gesundheitsdaten und Patientendaten? Die Gesundheitsakte und Patientenakte, die zwei. Gesundheitsakte ist optional zu verwenden für die Ärzte. Patientenakte, wenn du eine hast, müssen die Ärzte die Ärzte die Ärzte dabei bespeichern. Das ist bei mir ein funktionaler Einzigunterschied. Und Patientenakte wird von der Gematik spezifiziert. Die Nummer acht. Die haben gesagt, die haben den... ist der Frontend irgendwie lesegeschützt. Wie soll denn das gehen im Browser, wenn du XSS kannst? Es gibt diese Webcrypto-RP im Browser. Und die Webcrypto-RP, da kannst du sagen, exportable. Also kannst du sagen, der Key kann nicht exportiert werden. Das heißt, das ist ein Objekt. Das Objekt kapselt den Zugriff. Und solange die JavaScript-Engine richtig implementiert ist, kannst du dann auch nicht auf diesen internen, privaten Loyablen zugriffen. Also du gibst dann deine Daten rein, der macht Krypto... Ja, du hast dann ein Objekt mit der Methode Encrypt und Decrypt, aber den Schlüssel bekommst du noch nicht zu sehen. Last but not least, Nummer fünf. Ich habe keine Frage, ich würde noch kurz eine Idee mit anmerken, die halt nicht auf einer technischen Ebene ist, aber wie schon angesprochen wurde, alle Gesundheitsdaten sind sensibel und besonders halt auch so Sachen wie Schwangerschaftsabbruch und HIV oder andere Diagnosen, so Schizophrenie, Depressionen, alles. Und ich werde sagen, die Idee ist halt auch, sich mit den Leuten und den Interessenverbänden jetzt schon mal auseinanderzusetzen und was die jetzt schon Anforderungen haben, zu versuchen umzusetzen, weil technisch glaube ich, werden die Daten halt öffentlich sein und dann ist es halt, wie gehen wir gesellschaftlich mit Leuten um, die schwierige Diagnosen haben. Genau, das ist auch die Aussage von meinem Talk. Ich kann die technischen Probleme aufzeiten, aber die gesellschaftliche Antwort wird damit umgehen oder was die Forderungen daraus sind, das müssen wir gemeinsam machen beziehungsweise auch mit den Radical Professionals, mit denen, die sich wirklich damit ihr Leben lang beschäftigt haben. Doch noch eine Frage, weil ihr seid nicht barrierefrei, ich kann durch euch nicht durchschauen. Bitte einmal Mikrofon drei. Dankeschön. Eins rangiert eher unter Anmerkungen. Ich habe vor etwas über einem Jahr an CGM eine Mail geschickt, die habe ich gerade mal rausgekramt. Da wurde von einem Facharzt, da habe ich einen Link gehabt, HTTP, und da sollte ich dann meine persönlichen Daten eingeben. Da habe ich gedacht, okay, das breche ich jetzt ab. Ich habe denen gemailt, Leute, HTTPS wäre mir an der Stelle lieber gewesen, und habe dann die Antwort bekommen, zu ihrer Anmerkung bezüglich der verschlüsselten Verbindungen können wir sie beruhigen. Die Übermittlung der Daten erfolgt über eine interne, sichere Leitung in verschlüsselter Form. Das sei vorgeschrieben und toll. Autsch! Was sollen wir dazu noch sagen? Interessanter Beitrag. Auf die Qualität können wir uns in Zukunft freuen, ne? Ja. Martin, tschüss. Guter Talk. Das war dann doch noch ein erheiternes Ende. Wenigstens vom Mut her, natürlich vom Inhalt genauso hart wie die andere Aussage von ihm. Aber, ne? Äh, ja. All your Gesundheitsakten are belong to us von der 35C3 von wem auch immer, der das vorgetragen hat. Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr recherchieren, wer genau das jetzt war und mehr von diesem Boy euch reinziehen. Ähm, ja. Wenn euch das Ingame-Material hier von das Videomaterial gefallen hat, wir sind hier auf einem Vanilla Minecraft-Server in der Java-Edition, den ihr erreichen könnt, unter der IP 149.202.147.134. Aber ist auch in der Beschreibung. Ähm, also kopiert das einfach aus der Beschreibung raus, aus der YouTube-Videobeschreibung und dann schaut doch mal auf diesem, äh, Server hier vorbei. Ähm, tja, wie tief sind wir jetzt schon? Vier, vier Blöcke tief. Sind noch ein paar, die übrig sind. Ähm, mal sehen, wie, wie weit wir hier kommen mit dem Austrocknen des Wassers. Ähm, dann, äh, will ich sagen, let's go. Wir sehen uns in der nächsten Werbe-Episode wieder.